Leon, willkommen im Club. Dankeschön. Sag mir, wem haben wir uns gegenüber? Also mein Name ist Leon Guvara, ich bin 24 Jahre alt und komme vom FC Utrecht. Und was für ein Spieler bist du? Was für ein Spieler bin ich? Ich bin linker Verteidiger, bin eigentlich zum Verteidiger gewachsen und habe mich jetzt mit der Position anbefreundet und spiele die schon sehr lange. Wenn du deine Stärken als Spieler benennen musst, welche sind das dann? Ich würde mich als defensiv stärker Spieler bezeichnen, habe auch eine gute Schnelligkeit, würde ich sagen. Und ich bin Linksverteidiger, aber habe auch einen Offensivdrang nach vorne. Und warum hast du dich für VW Venlo entschieden? Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von Venlo und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ich jetzt diesen Schritt machen muss und auch machen möchte und der Mannschaft und dem ganzen Verein auch helfen möchte. Wieder ein deutscher Spieler für VVV, muss ich sagen. Hat das bei deinem Wahl für VVV auch eine Rolle gespielt? Nicht unbedingt. Natürlich hat man auch im Kopf, weil ich in Deutschland geboren bin und Deutsch ist auch meine Muttersprache. Natürlich denkt man ein bisschen im Hintergedanken daran, aber ausschlaggebend waren die Gespräche mit den Verantwortlichen und die waren sehr überzeugend. Und deswegen habe ich den Schritt gewagt und gemacht, um nach VVV zu kommen. Kennst du VVV oder VVV? Kennst du die deutschen Spieler persönlich? Ich kenne Steffen Schäfer. Ich habe auch beim 1. FC Köln angefangen, Fußball zu spielen. Und er auch. Wir haben ein paar Mal zusammen trainiert und ich kenne Steffen Schäfer. Was sind deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele sind, ich denke erstmal Spiel vor Spiel, Spiel zu Spiel, weil ich auch lange verletzt war. Es war keine glückliche Saison für mich oder zumindest die Hinrunde. Deswegen denke ich von Spiel zu Spiel und will der Mannschaft so gut es geht helfen mit meinen Qualitäten. Hast du noch ein persönliches Nachricht zu unseren Fans? Ja und zwar, ich habe jetzt bei euch hier unterschrieben Leon Guvara und werde alles daran setzen Gas zu geben auf dem Fußballplatz und der Mannschaft und auch den Fans bestmöglich zu helfen. Klare Sache Leon, viel Erfolg. Dankeschön. Meinst du. Vib comyangлieso. Vielen Dank.